Herzlich Willkommen in der Kapuzinerkruft. Aus der Reihe der armen Sünder wollen wir Ihnen heute Eleonora von Mantua-Neverg und Saga vorstellen. Hier ruht Eleonora von Mantua-Neverg und Saga. Sie war die dritte Ehefrau von Kaiser Ferdinand III. und dadurch Kaiserin vom Heiligen Römischen Reich. Sie selbst, wie ihre unmittelbaren Nachkommen, gehören zu den eher unbekannteren Habsburgern. Erst ein Urenkel sollte wieder ein berühmter Kaiser werden, Franz Stephan von Lothringen. Eleonora war aber keine Unbedeutende. Sie stammte aus der Familie Gonzaga, eine Familie, die vor allem für ihre einflussreichen Frauen bekannt ist. Eleonora sollte die letzte in dieser Reihe sein. Geboren wurde sie in Mantua in der Lombardei. Seit 300 Jahren regierte die Familie Gonzaga in dieser Stadt. Sie waren Verbündete der Habsburger, machten unter ihnen Karriere und gehörten schließlich zu den bedeutendsten Fürsten-Dynastien Italiens. Ein Erbfolgestreit beendete das goldene Zeitalter der Gonzaga. Eleonoras Großonkel, Vincenzo II. von Mantua Gonzaga, hatte keine Kinder. Deshalb wurde schon zu seinen Lebzeiten seine Nichte Maria, Eleonoras Mutter, als Erbin bestimmt. Sie heiratete Eleonoras Vater, Carlo II. von Gonzaga-Niver, aus einer Nebenlinie der Gonzaga. Am Tag der Hochzeit starb Vincenzo. Sein Tod löste einen Erbfolgestreit zwischen Habsburgern und Bourbonen um das strategisch wichtige Herzogtum Mantua aus. Mitten im Krieg wurde Eleonora geboren. Wann genau, ist nicht sicher. Ihr Geburtsjahr ist umstritten. Ihre ersten Jahre verbrachte sie im Exil, bevor die von den Franzosen unterstützten Herzöge von Gonzaga-Niver schließlich den Krieg gewinnen konnten. Eleonoras Vater starb früh und sein Sohn Carlo III., Eleonoras Bruder, hatte wenig Interesse am Regieren. Deshalb übernahm Eleonoras Mutter Maria die Regentschaft. Sie gilt als letzte Vertreterin der alten Gonzaga-Mantua-Dynastie, die nicht nur politisch bedeutsam war, sondern vor allem auch Kunst und Wissenschaft intensiv förderte. Das humanistische Weltbild prägte das Hofleben. Frauen genossen ein ähnlich hohes Ansehen wie Männer. In diesem Umfeld wuchs Eleonora auf. Diese Geisteshaltung sollte sie ein Leben lang bewahren. Als Eleonora ins heiratsfähige Alter kam, suchte ihre Mutter aus politischen Gründen bei den Habsburgern nach einem passenden Kandidaten. Dabei war der verwitwete Kaiser Ferdinand III., obwohl 24 Jahre älter als die Braut, natürlich die erste Wahl. Unterstützt wurde sie dabei von der Witwe Ferdinands II., Eleonoras Großtante, die ebenfalls Eleonora hieß. Bei der Brautübergabe in Villach wurde Eleonora die Jüngere von ihrer Großtante empfangen. Von ihr erfuhr sie alles, was man als zukünftige Ehefrau zu wissen hatte. Die beiden Frauen hatten in den nächsten Jahren ein enges Verhältnis. Beide waren am Hof der Gonzaga in Mantua aufgewachsen und teilten ihre Liebe zu Kunst und Kultur. Diese Liebe teilte Eleonora auch mit ihrem Mann. Ferdinand III. komponierte sogar selbst. Das Kaiserpaar bekam vier Kinder, aber nur zwei Töchter wurden erwachsen. Die Ehe dauerte sechs Jahre, dann starb der Kaiser. Seine Frau blieb den Rest ihres Lebens Witwe. Wie bei den Gonzaga-Frauen üblich, genoss auch Eleonora am Hof ein hohes Ansehen. Kulturell, religiös und politisch. Die junge Kaiserin wirkte nicht nur im Geheimen, wie manche Kaiserin vor ihr, sondern empfing offiziell Diplomaten aus aller Welt. Zu ihrem Stiefsohn Leopold, der bald Kaiser wurde, hatte sie ein sehr gutes Verhältnis. Er hatte, sehr zur Freude seiner Stiefmutter, ähnliche kulturelle Interessen wie sein Vater. Wie schon ihre Großtante, förderte Eleonora die italienische Kunst, vor allem die Musik. Eleonora, die Ältere, hatte die damals noch neue Gattung der italienischen Oper nach Wien gebracht. Ihre Großnichte setzte diese Entwicklung nun fort. Wien hat seinen Ruf als Opernstadt ihr zu verdanken. Sie war es auch, die die berühmten Bühnenbildner Giovanni und Lodovico Bonaccini nach Wien brachte. Außerdem hatte sie ihre eigene Witwenkapelle. Eleonora stand im Zentrum des kulturellen Lebens. Sie leitete eine literarische Akademie, eine Art Kulturzentrum. Dabei stellten Dichter und Komponisten ihre Werke vor und anschließend gab es im ausgewählten Kreis eine anspruchsvolle philosophische Unterhaltung darüber. Auch ihre eigenen geistlichen und weltlichen Werke wurden in diesem Rahmen von ihr persönlich präsentiert. Auf Italienisch, ihrer Muttersprache. Eleonoras zweiter großer Einflussbereich neben der Kultur war die Religion. Sie selbst war sehr religiös und stiftete mehrere Orden und Klöster, darunter das Ursulinenkloster in Wien. Ein Orden entstand unter mysteriösen Umständen. Im leopoldinischen Traktorhofburg, dessen Bau sie angeregt hatte, brach ein Feuer aus. Das gerade neu erbaute Gebäude brannte völlig ab. Eleonora selbst konnte gerade noch gerettet werden. Zerstört glaubte man auch eine seit Jahrhunderten verehrte Reliquie der Habsburger. Ein Holzstück vom Kreuze Jesu, mit Gold und Silber überzogen und kostbaren Sternen verziert, eingefasst in ein Kristallkreuz. Einige Tage später fand man in den Trümmern ihres Schlafzimmers diese Reliquie. Das Kristallgefäß war zerstört, das Gold geschmolzen, aber die Reliquie war unversehrt. Als Dank für dieses Wunder gründete Eleonora den Sternkreuzorden, der heute noch existiert. Der Sternkreuzorden ersetzte einen anderen von ihr gegründeten Orden, die Sklavinnen der Tugend. Dieser Orden war bereits in Vergessenheit geraten. Aber als 1990 ihr Sarg restauriert wurde, entdeckte man ein Schmuckstück mit der Aufschrift Sola Ubique Triumfat. Sie allein triumphiert. Gemeint ist die Tugend, das oberste Ziel dieses Ordens. Eleonora starb am 6. Dezember 1686, wahrscheinlich an einem Schlaganfall. Da ihr Geburtsjahr nicht zweifelsfrei feststeht, bleibt auch ihr Alter unsicher. Sie wurde 54 oder 56 Jahre alt. Die Einbalsamierung erfolgte noch am Tag ihres Todes. Herz und Eingeweide wurden einen Tag später beigesetzt. Der Leichnam hingegen wurde es drei Tage später in die Kapuzinerkruft gebracht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.